Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, alle Herr-der-Ringe-Sets zu ranken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Video morgen, übermorgen, überübermorgen mache, dann wird das Ranking immer wieder anders aussehen. Ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt, so grob versuche ich euch das auch zu erklären, warum welches Set auf welchem Platz gelandet ist. Aber ich kann euch sagen, selbst der letzte Platz ist für mich noch ein super cooles Set. Jedes Set hat vielleicht so kleine Schwächen, die ich persönlich aber nicht so schlimm finde, weil ich halt generell Fan dieser gesamten Reihe und Serie bin und ich mir wünschen würde, dass da mal wieder was kommt. Ich versuche es irgendwie so nüchtern wie möglich zu betrachten, aber es wird schwer, weil ich halt, wie gesagt, ein großer Fan bin. Ich werde demnächst auch ein Update-Video zu meiner aktuellen Urukai-Armee machen und ich hoffe, dass ich bald alle Teile zusammen habe, damit ich Helm's Clum endlich weitermachen kann. Es fehlen halt leider ein paar Teile, habe ich euch ja schon mal gesagt. Das nervt mich auch so ein bisschen. Da ist dann die Begeisterung, die am Anfang da war, so ein bisschen dahin, weil man wieder warten muss, bis man weitermachen kann. Deswegen, aber Helm's Clum wird natürlich als Review auch noch kommen. Wenn ihr keine Herr-der-Ringe-Reviews oder Sets oder Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, starten wir in dieses wundervolle Ranking. Und wir beginnen mit dem Set Shalop Attacks oder Kankras Lauer, je nachdem, ob wir im deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum unterwegs sind. Ich denke mal im deutschsprachigen. Und das Set ist auf jeden Fall in Ordnung. Es ist halt eins von den Sets, wo ich gesagt hätte, okay, das hätte ich jetzt nicht als erstes mir kaufen müssen, aber ich sammle natürlich alle. Und wir kriegen hier die Sam-Figur, die es nur in diesem Set exklusiv als Charakter gibt und auch als Minifigur. Deswegen ist dieses Set ein Pflichtkauf für jeden, der die neuen Gefährten zusammen haben möchte. Oder man kauft sich die Figur für 20 oder 25 Euro. Aber ich habe euch das Review von dem Set ja auch gezeigt. Das sind, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. 35, 40 Euro so in dem Dreh. Dafür habe ich dann noch die Spinde gekriegt. Gollum und Frodo. Deswegen weiß ich nicht bei so kleinen Sets, ob es sich lohnt, die Figur einzeln zu kaufen oder ob man einfach das ganze Set zusammenkauft. Ich finde, das Set haben sie gut gemacht. Auch Details mit der Spinde hatte ich euch gezeigt. Wie gesagt, guckt euch das Streaming nochmal an, dann seht ihr auch alle Details richtig. Warum das Set auf dem letzten Platz ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich auch schon in den Filmen diese Side-Story von Frodo, Gollum und Sam nicht so interessant fand. Also ich fand alleine im ersten Hobbit-Film die Story mit dem Rätsel zwischen Gollum und Bilbo wesentlich, wesentlich interessanter. Ich mag auch Bilbo als Hobbit wesentlich mehr. Das ist so ein Grund, warum ich sage, okay, das Set könnte auf dem letzten Platz sein, weil es mich halt nicht so sehr interessiert wie die anderen Sets. Aber ich finde es trotzdem, wie gesagt, das Set ist für mich trotzdem, gerade wegen den Minifiguren auch immer noch wahrscheinlich besser als 95% von allen anderen Sets. Außer jetzt in der Herr der Ringen-Serie natürlich. Aber wie gesagt, es kann sich auch immer ändern. Ich persönlich bin froh, dass es diese kleinen Sets gab und das würde ich mir auch jetzt wünschen, wenn wir irgendwann mal eine neue Serie davon bekommen würden. Dass es einfach Sets in einer kleineren Preisklasse gibt, womit man anfangen kann, wo man sich dann freut und wo man sagen kann, ey, das ist cool, das sammle ich jetzt. Als nächstes haben wir den Rat von Elrond. Auch coole Minifiguren drin. Elrond und Arwen, super. Gimli und Frodo haben wir halt in mehreren Sets, deswegen sind die nicht so spannend. Gerade Frodo haben wir einfach eigentlich viel zu viel. Mein Problem ist bei dem Set eher, dass ich mir ein großes Rivendell bzw. Bruchteil wünschen würde und nicht nur diese Andeutung. Selbst der Rat, der im Film gezeigt wird, mit diesen großartigen vielen verschiedenen Völkern und Stühlen, ist hier leider zu wenig für mich umgesetzt worden. Natürlich die Schlüsselszene, dass Gimli mit seiner Axt auf den Ring haut, um den kaputt zu machen, ist enthalten und das ist auch gut so. Aber für mich ist bei vielen Sets das in Anführungszeichen größte Problem, dass die nicht noch größer sind, noch detaillierter etc., was natürlich den Preis auch erhöht hätte. Das ist auch so ein Set, das hat 30 Euro gekostet, ist super von der Preisklasse, vier Minifiguren. Wie gesagt, Arwen und Elrond, super auf jeden Fall. Das ist eines der wenigen Sets, die ich jetzt auch noch nicht aus der ganzen Herr-der-Ringe-Welle habe. Das hat den Grund, dass es nicht so oft angeboten wird. Also man findet es, kein Problem, aber dann zu Preisen, wo ich sage, okay, das ist mir noch nicht wert, dann muss ich dann noch mal gucken. Gerade so 70, 80 Euro, das ist fast der dreifache Preis, den man damals bezahlt hat. Das finde ich dann schon ein bisschen krass, aber wenn ich mal ein gutes Angebot finde, ich werde es auf jeden Fall kaufen. Ich werde es irgendwann in meiner Sammlung haben. Aber deswegen ist das jetzt auch noch nicht in meiner Sammlung, weil die Preise für das, was man kriegt, für mich persönlich ein bisschen zu hoch sind. Nichtsdestotrotz sind es super Minifiguren. Es ist eine super Idee. Ich hätte es halt gerne viel größer gehabt und ein bisschen mehr am Film dran mit mehreren Völkern. Das müssen ja auch keine namentlich genannten sein. Man muss nicht alle neun Gefährten drin haben. Einfach, keine Ahnung, noch ein Elmkönig, ein Zwergenkönig, Menschenkönig und da passt es eigentlich. Auf Platz 10 haben wir Gandalfs Ankunft. Eins, glaube ich, der besten Sets, die es in dieser Preisklasse jemals gab. Was hat es gekostet? 12,99 Euro, 13,99 Euro in dem Dreh. Wir bekommen Gandalf, wir bekommen Frodo mal wieder und wir bekommen ein Pferd mit dieser Kutsche quasi. Und für den Preis, auch für damalige Verhältnisse, war das echt ein guter Deal. Es ist perfekt, um in diese ganze Welt einzusteigen. Also, wenn man sagt, okay, wir bringen die Sets nacheinander raus, dann hätte man das hier als erstes rausbringen können oder sollen oder müssen, um zu sagen, hiermit startet quasi die Reise ins Auenland. Hiermit bekommt ihr quasi, ja, man bekommt die erste Szene vom Gefährtenfilm ohne quasi diese Rückblende. Also in der aktuellen Zeit. Wir haben ja am Anfang diese Rückblende von Galadriel, die Schlacht, das letzte Bündnis etc. gehabt. Und dann wird ins Auenland quasi rübergeschaltet und Frodo liest ein Buch und er hört, dass Gandalf kommt. Es ist einfach, man fühlt sich einfach irgendwie wohl, wenn man als Herr der Ringe-Fan dieses Set sieht und dieses wunderschöne Auenland. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich hätte vom Auenland gerne wesentlich mehr Sets gehabt. Einfach so ein, zwei Hütten vielleicht noch zu dem Hobbing und das hätte super gepasst. Aber für mich ist das ein super Set. Das ist auch ein Set, was ich mir sofort am ersten Tag gleich gekauft hätte, wie so viele andere Sets auch auf der Liste. Vor allem, wenn man jetzt den Preis, den die aktuell haben, sieht. Aber das weiß man ja vorher nicht. Dass Lego zehn Jahre danach oder fast zehn Jahre danach keine Herr der Ringe-Sets mehr rausbringt. Aber gut, das ist ein super Set. Ich kann das jedem von euch empfehlen. Das ist auch auf Ebay nicht so teuer. Ich habe das für einen relativ guten Preis sogar Originalverpackt gekriegt. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das Originalverpackt kauft oder gebraucht, weil die Preise sind nicht so großartig unterschiedlich und dann würde ich es eher neu kaufen. Dann zahlt man fünf Euro mehr und dann hat man es aber auf jeden Fall, dass alle Teile vorhanden sind und die Minifiguren im guten Zustand sind. Ein weiteres kleines Set. Ich habe übrigens die Polybags, muss ich noch mal kurz sagen, nicht hier mit reingezählt. Das Urukai Polybag und das Elrond Polybag und das Frodo Polybag. Die zählen hier natürlich nicht mit rein, weil das nur Polybags sind und eine einzelne Minifigur. Ja, aber die kleinen Sets, die haben so viele kleinen Sets rausgebracht, die auch wirklich einen gewissen Wert haben. Denn man bekommt hier sehr günstig Saruman, der ansonsten nur im Turm von Ortenk für... Also ich will heute den Preis gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil dieser Turm wird für 300 Euro teilweise angeboten ohne Minifiguren. Mit Minifiguren ab 400 Euro aufwärts. Ich habe den irgendwann, keine Ahnung, für 250 oder 270 Euro gesehen. Da habe ich gedacht, okay, den muss ich jetzt haben. Kein Problem. Und dann gucke ich, da wollte der Verkäufer nur für den Turm ohne die Minifiguren so viel Geld haben. Das heißt, grob gesagt, für Grima, ich habe auch mal nachgeguckt. Für Grima und für Saruman mit diesem exklusiven Rom-Unterteil zahlt man irgendwie schon knapp allein 100 Euro. Nur für diese beiden Figuren. Dann ist natürlich noch ein Urukai drin, ein Quahir, Gandalf, okay. Aber zum Turm von Ortenk kommen wir auf jeden Fall später noch, da könnt ihr euch sicher sein. Ja, es ist ein cooles Set, ein kleines Set, um die beiden Zauberer zu kriegen. Man bekommt hier Saurons Auge, quasi den Palantir. Auch ein cooler Print auf einfach so Minifigurenkopf. Gefällt mir auch sehr gut. Ich habe euch das Set auch gezeigt. Wie gesagt, auf der Liste dürften nur noch 2-3 Sets sein, die mir fehlen. Aber die werde ich auf jeden Fall auch noch haben. Wie gesagt, diese kleinen Sets, guckt da ruhig auf Ebay, guckt da irgendwie, ob ihr die Sets günstig kriegt. Das ist meistens nicht so das Problem. Es sei denn, es ist irgendwas hart exklusives drin, wie Sam zum Beispiel. Deswegen ist Kankras lauer meistens auch ein bisschen teurer als Gandalfs Ankunft oder als das Duell der Magier hier. Jetzt haben wir als nächstes die Ork-Schmiede. Die habe ich ja auch schon. Die habe ich euch so halbwegs mal vorgestellt in meinem Sammlungsvideo von Herr der Ringe, was ich alles für Sets habe. Auch ein cooles Set. Da ist zum Beispiel auch wieder ein Kritikpunkt von mir. Es ist die Ork-Schmiede. Es ist da, wo die ganzen Orks und Urukai gezüchtet werden. Also man müsste zumindest 2 Urukai mehr in Rüstung haben. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen. Das Set fand ich vom Preis, vom Originalpreis damals sogar ein bisschen teuer, muss ich sagen. Man hat aber natürlich Lords da drin. Nur in diesem Set enthalten. Man hat diese Urukai-Rüstung mit der weißen Hand. Guckt euch mal an, die Preise für einen normalen Urukai und für einen Urukai mit der weißen Hand. Also meistens sind die mit der weißen Hand irgendwie 5-6 Euro teurer, nur aufgrund der Rüstung. Deswegen, das hat auch schon einen gewissen Wert. Ich finde die Idee ziemlich cool. Man hat ja auch diese Spielfunktion, dass man das alles quasi herstellen kann, in Anführungszeichen, diese Rüstung auch mit dem Leuchtstein. Alles super, ein cooles Set. Auch meiner Meinung nach wieder ein bisschen größer. Ein bisschen größer machen, nochmal so eine Schmiede quasi in einer anderen Version daneben stellen und dann hat man auch was cooles. Also, aber so ist das auch ein cooles Set. Gerade um, wie gesagt, diese Rüstungsteile mit der weißen Hand günstig zu bekommen. Die sind ansonsten noch in den etwas teureren Sets, sagen wir es mal so. Aber für Sammler eine Pflicht und die Minifiguren Lords bekommt man eigentlich relativ gut. Also, da muss man nicht so viel bezahlen, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus dem ersten Teil am Ammon-Henders irgendwie nachspielen will und dann Lords noch als Minifigur braucht. Die gibt es eigentlich relativ günstig. Also, da muss man sich keine Sorgen machen. Auf Platz 7 haben wir ein Schiff sogar. Ein wunderbares. Ja, es ist ein Corsaren-Schiff. Es sind im Prinzip Piraten aus der Mittelerde-Welt. Ich empfehle euch auf jeden Fall den Extended Cut, denn dieses Schiff hat natürlich in den gekürzten Kino-Versionen fast gar keine Screentime und da werden sich manche fragen, okay, warum hat man jetzt dieses Set überhaupt umgesetzt, weil das ist ja wirklich nur ganz kurz zu sehen. Und es ist natürlich eine wichtige Szene trotzdem, aber es hat nicht so den Hauptaspekt. In der Extended-Version sieht man davon deutlich mehr und wie das alles zustande gekommen ist. Kann ich euch auf jeden Fall generell empfehlen, wenn ihr mal Herr der Ringe gucken wollt. Es sind hier natürlich auch wieder geniale Minifiguren dabei. Es ist der Hexenkönig, der Geisterkönig. Es sind zwei Soldaten. Natürlich unsere drei Hauptprotagonisten, die dann auf dem Schiff sind. Es ist Peter Jackson als Minifigur dabei. Wer das noch nicht weiß, der Corsaren-Kapitän ist quasi in den Filmen Peter Jackson. Da hat er sich als Cameo so eingebaut. Hat er ja in mehreren Filmen gemacht. Im zweiten Teil war er auf Helmsklamm irgendwie so ein Verteidiger von der Burg. Im ersten Teil war er in Bre. Nur mal kurz dazu. Aber sehr cooles Set, sehr coole Minifiguren. Es ist ein Schiff. Es ist auch nicht so teuer, wie man es denken könnte. Also ich habe es schon für 120, 130 Euro gesehen. Das werde ich natürlich, auch weil es einfach ein Piratenschiff ist im Prinzip, mir auch noch zulegen. Hier auch einfach nur der kleine Kritikpunkt. Aber ich kann es verstehen. Die Minifiguren sind wahrscheinlich so genug teuer gewesen zu produzieren. Aber hier müsste natürlich auch ein bisschen Besatzung da sein. Also wir müssten, keine Ahnung, zwei, drei Corsaren auch noch mit drin sein. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber ich finde die Geister super. Wie gesagt, die drei Gefährten, die kriegt man auch in andere Sets noch. Aber super Set. Ein Piratenschiff. Was will man eigentlich mehr? Also und ich finde einfach diesen Stil von diesem Schiff, irgendwie der spricht mich halt an, weil es halt was anderes ist. Nicht so typisch Piratenschiff. Ich habe so das Gefühl, beim Piraten damals bei Lego, hat man die Black Seas Barracuda genommen und alles andere danach von den Hauptschiffen so ein bisschen aufgrund dieses Schiffes gebaut, konstruiert, entwickelt, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Aber man sieht irgendwie, wo das alles herkommt. Und dieses Schiff natürlich ist das dem geschuldet, dass sich das der liebe Herr Tolkien ausgedacht hat, beziehungsweise Peter Jackson dann. Aber ich finde das optisch einfach, ist ein Highlight, wenn das im Schrank oder auf dem Regal oder so steht. Deswegen, das ist natürlich auch Pflicht. Und auch eins von den Sets, die ich leider noch nicht habe. Jetzt haben wir ein weiteres Set, was ich euch auch schon gezeigt habe. Angriff auf der Wetterspitze, wie bei einigen Sets vorher auch schon. Als erstes der Kritikpunkt. Natürlich wäre es cooler, wenn die wirklich diese Wetterspitze gebaut hätten. Ich habe damals, wie gesagt, dieses Tabletop-Spiel gespielt. Da gab es alleine schon so einen Bausatz und so eine Anleitung, wie man das nachstellen kann. Und das war natürlich was völlig anderes. Aus Legostein kann man das, glaube ich, auch ganz gut nachbauen. Das Set hat 70 Euro gekostet damals. Deswegen ist das okay. Den Preis hat man übrigens locker wieder raus, wenn man alle Figuren kauft. Merry exklusiv hier als Charakter und als Minifigur drin. Wir haben zwei Ringgeister. Wir haben ein schwarzes Pferd. Und wir wissen alle, man braucht natürlich neun Ringgeister. Und das sind der Hexenkönig. Dann gibt es Kamul, den Ostling noch. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ist auch quasi ein Ringgeist, der sich spezialisiert hat auf die Ostlinge und der der Anführer von denen ist. Und dann gibt es halt noch sieben nicht weiter genannte. Jedenfalls ist mir das noch nicht so bekannt. Aber natürlich braucht man aus diesem Set definitiv von den Pferden ein paar mehr. Und natürlich definitiv Merry. Also und die Ringer ist da generell. Das Set ist eine schöne kleine Kulisse, um diese Szene so ein bisschen nachzustellen. Es könnte aber wesentlich größer sein. Es könnte wesentlich höher sein. Das ist auch prädestiniert. Eigentlich kann man fast jedes große Herr der Ringe Set nehmen, das als UCS Set nochmal rausbringen für 300 Euro. Und das dann noch detaillierter und noch größer machen. Das wäre natürlich ne coole Sache auch bei dem Set hier. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch wieder ein Muss um die Gefährten. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wie man alle Gefährten bekommt. Es ist ein Muss, wenn man nicht 30 oder 35 Euro nur für Merry ausgeben möchte, dass man sich dieses Set irgendwie zulegt. Am besten gebraucht irgendwie. Da kann man meistens auch einen guten Deal machen. Also ich kann nicht meckern. Ihr wisst schon, es gibt eigentlich immer nur den Kritikpunkt, dass die Sets größer sein könnten. Aber naja, mal gucken, was wir als nächstes haben. Die Top 5 beginnen mit dem Kampf quasi am schwarzen Tor. Übrigens kommen ab jetzt nur noch Sets, die ich immer wieder hin und her tauschen könnte und die auch Platz 1 sein könnten. Das hier, keine Ahnung, wenn ich das gebaut habe zum Beispiel und das so begeisternd finde, kannst du sagen, okay, das ist jetzt mal neuer Platz 1. Diese Liste werde ich vielleicht irgendwann nochmal aktualisieren, wenn wir neue Sets bekommen oder so. Aber wir legen uns jetzt mal drauf fest. Es ist ein richtig cooles Set. Ich bin so froh, dass ich es bekommen habe. Wir haben natürlich Saurons Mund. Wieder eine Figur, die man nur aus den Extended-Teilen kennt. Die kommt nämlich in den Film-Kino-Versionen gar nicht vor. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also viele Sachen, die sie rausgeschnitten haben, sind für die Story und für einige Charaktermomente wesentlich cooler und interessanter, als wenn man sie einfach weglässt. Wir haben natürlich den König Aragorn mit seinem extrem coolen Torso-Print, der weiße Baum von Gondor quasi und das ist sozusagen die Königs-Elessa-Version. Es ist ein super Set. Man kann natürlich auch sich das Set zweimal kaufen und dann das große schwarze Tor bauen. Da gibt es glaube ich sogar eine Anleitung drin. Das werde ich ja dann sehen, wenn ich es baue. Aber an sich ist das ein super Set. Es ist natürlich wieder die Sache, man hätte es größer bauen können. Ihr wisst es, man hätte mehr Figuren reinpacken können. Aber dann wäre es natürlich auch teurer geworden. Also so das Set günstig zu bekommen, ist schon relativ schwierig. Damals für den Preis, was waren es, 70, 80 Euro irgendwie in dem Dreh, war es okay. Hätte ich mir auf jeden Fall auch gut. Wahrscheinlich dann auch zweimal mit Rabatten und alles muss man ja gucken. Aber ein wirklich cooles Set mit wirklich coolen Minifiguren. Guckt euch an, was die Figuren alleine kosten. Bei Marvel zum Beispiel ist es ja so, man kauft sich viele Sets nur wegen den Minifiguren und daraus ergibt sich auch der Preis. Aber ich finde, bei Herr der Ringe haben die das wesentlich besser gemacht, dass die Sets an sich auch echt cool sind und man nicht nur sagt, okay, bei den kleineren Sets vielleicht sagt man, okay, ich will die Minifiguren haben. Aber gerade bei den mittleren und größeren Sets, die sind wirklich einfach gut gelungen und da hat man dann auch was Schönes. Also ich kann die meisten Sets auf jeden Fall, die ich schon gebaut habe und die ich selber habe, definitiv empfehlen. An alle Star Wars Fans, ihr müsst jetzt stark sein, denn das hier ist das beste Armee-Bilder oder Battlepack, was Lego jemals rausgebracht hat. So, ich habe es gesagt. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte nett bleiben. Ja, was soll man sagen? Dieses Set ist glaube ich eines der Sets, die die höchste Wertsteigerung haben. Es hat damals 39,99 Euro gekostet. Wenn ihr das jetzt neu kaufen wollt, das fängt bei 125 bis 130 Euro neu an. Das heißt, der Wert von dem Set wurde einfach mal so verdreifacht. Jetzt kann man sagen, ja, okay, guckt mal nach, wie viele Sets ihren Wert verdreifacht haben. Das sind nur eine Handvoll und das sind meistens wirklich exklusive, große Sets. Ich hatte neulich mit Jonas eine Unterhaltung über das Imperial Flagship und da muss ich sagen, das Flagship, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die 10-2-1-0, denke mal schon, das hat eine noch wesentlich schlimmere Wertsteigerung. Dazu werde ich übrigens auch mal ein Video machen, Sets mit der höchsten Wertsteigerung. Da freue ich mich auch schon drauf, denn da gibt es einige Highlights. Aber zurück zu dem wahren Highlight hier, Herr der Ringe. Es ist, man könnte jetzt sagen, man kauft sich dieses Set und hat die Minifiguren. Natürlich, man bekommt vier Euro Kai, man bekommt einen Rohan-Soldaten und man bekommt Eomer. Dass hier natürlich Eomer immer drin ist, ist ein kleines Problem, gerade weil das ein Set ist, was man sich natürlich öfter kauft. Und da hat man andauernd Eomer drin. Das ist ein kleiner Minuspunkt. Oder wenn man es so macht, dann hätten sie von mir aus das Set nochmal, keine Ahnung, 5 Euro teurer machen sollen und nochmal zwei Rohan-Soldaten reinpacken sollen. Der Vorteil aber ist, wir haben auch eine Balliste und einen Mauerteil. Das heißt, selbst wenn man die Figuren alle rausnimmt, hat dieses Set trotzdem seine Daseinsberechtigung, denn man kann das mit Helms-Klamm kombinieren, quasi den Klammwall immer länger bauen. Natürlich haben wir auch Ballisten gehabt, die die Mauern belagert oder beschossen haben. Das ist auch super. Das heißt, dieses Set hat eine super Funktion, selbst ohne die Minifiguren. Und alleine die Minifiguren, natürlich. Ein normaler Urukai kostet 12 bis 15 Euro. Eomer 20 Euro um den Dreh, vielleicht 25. Ein Rohan-Soldat auch um die 15 bis 18 Euro. Also allein für die Minifiguren habt ihr natürlich den Preis vom Set schon doppelt so raus. Oder keine Ahnung, wenn man das mit Rabatt gekauft hat, sogar dreifach. Es ist ein rundum gelungenes Set. Wie gesagt, der einzige Makel, vielleicht noch ein Rohan-Soldaten mehr reinpacken, aber ansonsten ist das wirklich ein Set. Das ist eine Punktlandung gewesen. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die das damals bekommen haben, das wertgeschätzt haben richtig. Aber wenn man heute so guckt, gerade was Armee-Building und sowas angeht, auch bei Star Wars, ist das ein absolutes Highlight gewesen und ein Pflichtkauf für jeden, der sich eine große Urukai-Arme bauen möchte. Ich liebe dieses Set einfach und ich suche es immer wieder auf Ebay. Ich habe es einmal bis jetzt gekauft. Das habe ich für 45 Euro damals gekauft. Das war ein richtig guter Deal. Guckt mal jetzt, was das Set kostet. Irgendwie das Doppelte. Also keine Ahnung, 90, vielleicht 85 Euro. Es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Die Top 3 werden angeführt von Helmsklamm. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ja, du hast doch immer gesagt, du willst unbedingt Helmsklamm haben. Das ist das großartigste Set aller Zeiten. Es ist ein mega cooles Set. Ich freue mich riesig, dass ich das für so einen guten Preis bekommen habe. Allerdings muss ich sagen, meine Freude ist ein bisschen getrübt worden. Da kann das Set aber überhaupt nichts für, dass ich halt jetzt so diese Probleme habe, so Teile nachzubestellen und so und immer wieder gucken muss. Da kann das Set überhaupt nichts für, aber ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwas emotional mit irgendwas verbindet und dann vielleicht so ein kleines Negativerlebnis hat. Dann denkt man sich, ah, okay, ist jetzt ein kleiner Rückschlag. Aber ich habe euch ja auch gesagt, selbst der zwölfte Platz ist gut und diese Plätze hier könnte ich alle hin- und hertauschen. Wenn ich jetzt Helmsklamm dann endlich mal irgendwann vollständig habe, wenn ich es komplett gebaut habe, wenn ich es aufbaue und euch zeige, kann es durchaus sein, dass ich sage, das ist das allerbeste Set, das es jemals gab. Für mich immer noch nach wie vor wahrscheinlich die beste Ritterburg, in Anführungszeichen, die es jemals gab. Aber das trügt so ein bisschen die Freude. Nichtsdestotrotz haben wir super coole Minifiguren dabei. Wir haben einen relativ guten Nachbau dieser Hornburg. Natürlich könnte man das auch wesentlich größer und wesentlich detaillierter nachbauen. Aber so das Grundprinzip passt auf jeden Fall. Wir haben auch den Thronsaal von Theoden. Wir haben König Theoden. Eine der schönsten Minifiguren aus der ganzen Serie. Detail ist die Rüstung top. Das ist auch so ein Beispiel, wo ich sage, Herr der Ringe hat definitiv die besten Minifiguren vom Detailgrad, die es jemals gegeben hat. Ich liebe dieses Set weiterhin. Es wird auf jeden Fall, wenn es fertig sein wird, wieder in meiner Gunst ein bisschen steigen und das Set kann halt einfach nichts dafür. Es ist halt so, dass ich jetzt dieses Erlebnis habe, so ein bisschen. Was mich eigentlich nicht so stört, aber gerade bei so einem Set, wo ich die ganze Zeit denke, ich will es endlich weiterbauen und mir aber die Teile fehlen, ist das halt so ein gewisses Problem. Nichtsdestotrotz ist es ein super Set. Wenn ihr das unter 200 Euro kriegt, schlagt sofort zu. Wenn das vollständig ist, wenn da alles dabei ist, schlagt zu. Ich habe mehrere eBay-Auktionen mitgemacht. Ich habe immer wieder geguckt. Dieses Set ist im Preis so unglaublich durch die Decke gegangen. Also ihr zahlt mindestens den doppelten Preis von damals. Das hat 139,99 Euro gekostet. Locker 270, 280 Euro im Preis steigend. Normalerweise wird es nicht für unter 300 Euro vollständig angeboten. Deswegen habe ich da Glück gehabt. Trotzdem ist es ärgerlich natürlich immer, wenn ein paar Teile fehlen. Aber das ist auch nicht die Schuld vom Verkäufer oder so. Der hat gesagt, es kann sein, dass es nicht ganz vollständig ist. Das ist jetzt einfach so ein bisschen meine Geschichte. Aber der dritte Platz ist hier quasi wie der erste. Also die Top 5 könnten alle Platz 1 sein, wie ich eben schon gesagt habe. Auf Platz 2 haben wir die Min von Woria. Eins der coolsten Sets, was auch super umgesetzt wurde. Also man kann dieses Set nehmen. Mit ein paar einfachen Handgriffen und ein paar Steinen kann man sich diese Szene perfekt nachbauen. Also wie sie im Film ist. Wir haben hier Boromir drin, eine meiner Lieblingscharaktere. Vielleicht sogar meine Lieblingsfigur. Ihr habt ja bestimmt meinen Herr der Ringe Ranking gesehen. Wir haben Pippin und Boromir hier als exklusive Figuren drin. Das ist also das einzige Set, wo wir zwei Gefährten, die es nur einmal als Charaktere gibt, in einem Set bekommen. Deswegen ist das Set natürlich auch ein Pflichtkauf für alle, die die Gefährten haben wollen und nicht irgendwie nur für die Minifiguren allein 60 Euro oder 50 Euro ausgeben wollen. Wir haben hier einen coolen Höhlentroll drin. Und wir haben natürlich auch zwei von den Goblins drin, von denen man natürlich auch wesentlich mehr braucht. Also ein Höhlentroll gegen den man kämpft, dann ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv, weil dieser Kampf ist nach, keine Ahnung, fünf Minuten wahrscheinlich vorbei. Der Troll braucht ein bisschen länger, bis er down ist. Ja, aber es... Also generell der erste Teil ist ja mein Lieblingsteil und diese ganzen Szenen und diese Bildgewalt, gerade bei Moria, auch mit dem Balrog und wie das alles gefilmt wurde. Genial. Coole Szenen. Cool, sodass man so ein bisschen eintaucht. Das ist ein riesengroßes Zwergenkönigreich gewesen. Die Zwerge sind alle umgekommen, weil sie zu gierig geworden sind. Weltklasse. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Im Extended Cut natürlich. Habe ich auch schon öfters gesagt. Guckt euch diese Filme auf jeden Fall an. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der diese Filme gesehen hat und gesagt hat, oh, was ist denn das für ein Quatsch und finde ich total schlecht und sonst was. Man kann sagen, dass man Fantasy nicht mag. Man kann sagen, dass es vielleicht nicht so sein Thema ist. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand diese Filme schlecht findet. Also, dass die entweder von der Story schlecht sind oder sonst was. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Wenn man sich auf diese Filme einlässt und sich die anguckt, ist für jeden eigentlich was dabei. Also, ich liebe diese Filme. Ich liebe den ersten Teil und deswegen ist dieses Set auf jeden Fall in meinem Herzen immer verankert. Auch wenn ich irgendwann mal nichts mehr mit Lego zu tun habe. Mal schauen. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Und Platz 1. Alle, die sich auskennen, wissen es natürlich. Wir haben den Tower von Ortenk. Woran liegt das? Ganz einfach. Es ist das beeindruckendste Set. Ich habe dieses Set noch nicht. Das ist immer so ein Anreiz, dass ein Set auch mal weiter vorne landen kann. Weil einfach dieser Wunsch und Wille da ist, dieses Set irgendwann zu besitzen. Es hat auch einige Probleme, muss man sagen, das Set. Der Tower ist top. Da kann man gar nichts sagen. Den finde ich einfach nach wie vor, auch wenn man den mal live gesehen hat, wie groß er ist und alles. Ich finde, der End ist nicht so ganz gelungen. Das ist der Baumbart. Und natürlich, wir erinnern uns, Saruman steht auf seinem Balkon, sage ich jetzt mal. Und da unten steht eine Armee von zehntausenden Urukai, bereit, alles Leben zu vernichten, was ihnen in den Weg kommt. Und wenn man dieses Set hat und den Saruman da oben drauf stellt, dann guckt er auf einen Urukai. Und das ist halt natürlich ein Riesenproblem. Also dieses Set war ja damals auch schon extrem teuer, ist heute noch teurer geworden. Im Endeffekt kann man sagen, gut, dass da nicht noch mehr Urukai drin sind, dann wird es wahrscheinlich noch teurer. Aber hier müssen 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Urukai einfach drin sein. Es müssen nicht alle ausgestattet sein, voll mit Rüstung. Aber es muss doch die Andeutung da sein, dass das eine besondere Szene ist. Natürlich ist das jetzt eine andere Szene. Denn Baumbart, als er angreift mit seinen Endfreunden, ist die Armee schon ausgerückt. Aber trotzdem, das finde ich wirklich schade. Denn Gewahir passt hier auch nicht rein. Also Gewahir ist ja der Adler. Der hat ja Gandalf damals gerettet. Im ersten Teil. Also quasi im ersten Teil. Es ist dann eher im... Ja, nee, doch, im ersten Teil war es klar. Nee, alles gut. Ich habe mich gerade vertüddelt. Erster Teil ist richtig. Und ja, also das ist natürlich sehr schade. Nichtsdestotrotz das Set als UCS-Set nochmal rausbringen für 300 Euro oder so. Das wäre ein absoluter Traum. Es müssen natürlich eigentlich mehr Minifiguren rein. Das ist ganz klar. Aber einfach, weil ich dieses Set so cool finde, weil das so gewaltig ist, weil ich es unbedingt haben möchte irgendwann zu einem guten Preis, wird dieses Set natürlich erstmal die Nummer 1 bleiben. Aber wie gesagt, es kann sich jederzeit ändern. Es kann auch sein, dass die Minen von Moria oder Helmstlam bald diesen Platz einnehmen, wenn ich die irgendwann mal gebaut habe. Deswegen, also ja, ich freue mich. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Aber es geht ja um Herr der Ringe. Wie kann man da gelangweilt sein? Und einen Grund zu haben, ein Herr der Ringe Video zu machen, ist immer schön. Ja, das ist mein Ranking gewesen. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr diese ganzen Sets? Hättet ihr das ähnlich gerankt? Sind für euch andere Sets vielleicht auf Platz 1? Gibt es irgendwelche kontroversen Plätze? Schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Ich werde, wenn ich mit den Hobbit-Minifiguren durch bin, auch dazu ein Ranking machen zu den ganzen Sets. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen einfacher fallen, muss ich sagen. Aber an sich finde ich es immer schön, wenn wir über Mittelerde reden können, wenn ich euch da was zeigen kann, wenn wir die Sets durchsprechen können. Ist eine super Sache. Schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Ich habe hier noch eine ganze Playlist verlinkt, quasi in der Endcard jetzt, wo ihr die ganzen Herr der Ringe Sets und Videos, die ich gemacht habe, sehen könnt. Lasst wie gesagt gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, gerade aus der Mittelerde-Welt natürlich. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Macht es gut!